Los geht's! Ganz ehrlich, ich bin jetzt wirklich schon absolut nervös. Ich bin selber sehr gespannt, was wir in dieser Woche bei der großen 2018 Retrospektive auf Playzocker Reviews zu Gesicht bekommen. Beginnen wollen wir die Retrospektive wie auch im vergangenen Jahr mit den besten Arrow-Video-Veröffentlichungen. Und dazu sei gesagt, dass Arrow-Video in der letzten Zeit expandiert hat, nicht mehr nur in England tätig ist, sondern auch mit einem eigenen Ableger in Amerika beziehungsweise Kanada großartige Veröffentlichungen auf den Markt bringt. Also großartig finden die wahrscheinlich alle anderen außer Blue Underground. Aber lassen wir dieses Thema einmal weg und möchten uns tatsächlich anschauen, welche Veröffentlichungen Arrow-Video im Jahr 2018 gebracht hat, die mir persönlich aus diversesten Gründen am besten gefallen. Ich sag gleich dazu, dass im Vergleich zu den letzten Jahren Arrow-Video dieses Jahr, ich will nicht sagen schwach unterwegs war, aber derartige Giganten, wie beispielsweise eine With Nail and Eye Box oder das Herschel Gordon Lewis Set oder sonst irgendwas, sind dieses Jahr einfach nicht dabei. Trotzdem sind großartige, aufwendige Restaurationen passiert. Es sind coole Cover-Artworks erschienen. Und deswegen möchte ich euch in der ersten Playlist meiner großen 2018 Retrospektive meine persönlichen Top 10 der besten Arrow-Video-Veröffentlichungen vorstellen. Die Liste ist so gedacht, dass ihr entweder hier auf der Seite neben dem Video die Playlist seht, wo ihr euch durch die einzelnen Platzierungen klicken könnt, oder aber falls ihr vielleicht auf einem mobilen Gerät oder sonst wo unterwegs seid, dann unterhalb vom Video. Im Worst Case ist das Ganze sicherheitshalber auch noch einmal in der Videobeschreibung enthalten. Am Ende der Retrospektive bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was eure persönlichen Arrow-Video-Favoriten des Jahres sind. Habe ich vielleicht irgendetwas vergessen? Gebt ihr mir recht oder widersprecht ihr mir komplett? Ich freue mich auf eure Meinungen, wünsche euch aber jetzt in erster Linie einmal viel Spaß mit meinen persönlichen Top 10 der coolsten, besten, schönsten Arrow-Video-Voes des Jahres 2018. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall.